Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange. Deshalb ist Industrie 4.0 eines der Hauptthemen auf der Hannover Messe 2014 in Hannover. Die für Deutschland größte Konkurrenz bei der technischen Umsetzung der Industrie 4.0 kommt aus den USA und China. Deshalb werden auf europäischer Ebene im Rahmen von Horizon 2020 Programme gefördert, die die europäische Zusammenarbeit unterstützen sollen. Aus diesen Projekten heraus wollen wir dann zukünftig insbesondere auch auf europäischem Level dann die besondere Struktur in Europa, was Industrie betrifft, was Hochschulen betrifft, was Institute betrifft, so weit nach vorne bringen, dass wir auch mittel- und langfristig wettbewerbsfähig sind. Damit Deutschland weiterhin führend auf dem Weg zur Industrie 4.0 bleibt, werden neue Sicherheitsstandards und Konzepte erarbeitet. Denn Teilsysteme sollen internetfähig werden, um weltweit zu kommunizieren. IT-Security ist eine der wesentlichen Herausforderungen bei Industrie 4.0. Man muss wissen, dass man IT-Security nicht als Produkt kaufen kann, sondern dass es eine für den Kunden spezifische Lösung ist und dass das eine Lösung ist, die nicht einmal installiert für immer gilt, sondern dass sie jeden Tag den Herausforderungen von außen und von Angriffen von außen angepasst werden muss. Um die Verwirklichung der Industrie 4.0 herrscht globaler Wettbewerb. In Deutschland haben sich deshalb 5.000 Mitgliedsunternehmen der Verbände Bitkom, VDMA und ZVI zusammengeschlossen und die Plattform Industrie 4.0 gegründet, um die Spitzenposition zu erreichen. Der ZVI organisiert gerade im Moment innerhalb der Themenplattform 4.0 Spiegelgremien zu den Arbeitskreisen auf der Industrieplattform 4.0. Hier können sich dann alle ZVI-Mitgliedsfirmen in die Arbeitskreise einbringen und auf diese Weise die elektrotechnischen Themen für Industrie 4.0 vorbereiten, bevor wir sie dann innerhalb der Plattform Industrie 4.0 einbringen. Die deutsche Elektroindustrie als Leitanbieter für 4.0-Technologien zu etablieren – eines der Hauptaufgaben des ZVI. Dazu müssen Branchengrenzen überwunden, Partnerschaften geschlossen und Einigkeit in Industrie, Politik und Forschung erreicht werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020